Das sind so geile Bilder da drinnen. Ey, diese komische Spinne, ne? Wo bist du, Alter? Du gehst mir richtig auf die Nerven. Weißt du, was ich hier Spaß hab mit den Spinnen? Das sind ja nur Spinnen. Das sind ja fünf Spinnenspawner oder was. Keine Ahnung, ey. Die alle hab ich fucking gemacht. Die sind, glaub ich, noch mehr von den Spawnern. Kann gar nicht. Ich hör schon wieder die ganze Zeit so eine scheiß Spinne. Ich brauche Stein. Los, ich brauche Stein. Ja, wo bist du denn? Hm? Diamant! Könnt ihr schon mal gucken, wo ich da oben meinen Ofenrauben mach. Was ist denn hier? Ne, das passt halt irgendwie nicht so wirklich hin. Was ist denn hier? Ich hör dich. Hier so eine ganze Wand oder so? Ah, rein. Aber was ist denn dahinter? Oh, ne, das kann ich, obwohl... Ah, doch. Öffnen. So, Workbench. Äh, da war der Diamant. So, jetzt hab ich 17 Öfen. Hab ich Zeichen. Oh, Emerald. So, warte mal. Ich muss mal kurz das... ...erledigen gehen. Einmal hoch, bitte. So. So. Ich brauche ich nur noch. Ich weiß hier nicht mehr. Ich weiß hier nicht mehr. Diamanten gefunden. Damit kann ich die richtig gut reparieren. Nice. Superb. Ja. No, Obsidian abbauen dauert immer noch zu lange. Alter, wie viel... Boah, ich finde nur so übertriebene Caves. Oder wir haben einfach... ...den übelst geilen Seed in der Map. Oder was weiß ich. Ja, ich hab hier auch wieder so einen Megastollen die ganze Zeit. Der gerne mehr zu Ende gehen will. Wo ich das eigentlich voll hasse, weil ich mich immer drin vor ihr... Ich find hier eh nicht alles. Aber ich kann euch wirklich nur... Ah, ich war ein Enderman. ...nur diese Effizienz-Hacker empfehlen. Ja, hab ich auch. Ey, das ist so... Hast du wie viel Effizienz hast du denn? Zwei. Du hast drei, ne? Ich hab vier. Vier sogar, ja gut. So, wo ist denn der Enderman? Der muss ja hier irgendwo sein. Ich hab den ja gehört. Ja, wenn du Ender-Dingens hast, dann... Ja, ist mir schon klar. Wegen der Festung. Ja, gib mir das mal. Dann such ich das. Ich bin hier unser... Unser Beauftragter... ...der... ...Tempelfindung. Naja. Natürlich, Tite. Ich bin... In dieser Staffel bin ich der Erkunder, Tite. Tite. Ich erkunde alles. Kann man auch gehen zu suchen. Ich weiß nicht, wo der hieß. Ja, der geht weg, ne? Ja, ich hab den ja gar nicht gesehen. Der muss... Der muss aber irgendwo hier sein. Achso. Ja, du hast ihn gehört? Ja, ja. Ah. Oh, der dunkel. Ich glaub auf freien Feldern waren die oft. Da muss ich nochmal gucken. Ja, die sind so, wenn... Wenn... In einem Cave so eine große Stelle ist. Also so eine große freie Fläche. Da sind die oft. Ich weiß gerade... Gar nicht... Warum... Hat sich das jetzt wieder geändert? Gar nicht so recht, wo ich hingehen soll, wenn ich ehrlich bin. Aber weißt du, äh... Du musst äh... Redstone abbauen, Mitchell. Das gibt übel viel AP. Naja. Ich weiß. Jetzt kann ich draußen nicht mehr so viel machen, ey, weil... Ja, die Spinne, die geht mir voll auf den Sack. Da ist der Enderman. Wann nenne ich jetzt eine Giftspinne? Boah, jetzt muss ich wieder warten, bis meine AP voll ist. Ja, das hasse ich auch. Ey, die Endermans, die machen so derben Damage. Echt? Ja eben, deswegen ja. Und auf hart, Junge. Ja, stimmt. Puh. Boah, ich hab gar keinen Bock darauf. Ich weiß das jetzt schon. Gleich greife ich den Enderman an und dann kommen die, äh... Da kommt hier nochmal eine Spinne. Da ist die Spinne. Da ist sie. Leck mich am Arsch. Woher kommst du? Woher, verdammt nochmal, kannst du kommen? Wenn überall hier Licht ist. Hier ist Licht an den Digger, du Opfer. Ah! Creeper! Nein! Oh, wie gut, ey. Oh, das ist was nice. Vor allem Blue Up, da sind seine Sachen mit weg, oder nicht? Weiß ich nicht. Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Was tust du nur? Ich fing das wieder, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich denk gerade, was, was ist das für Geräusch? Das muss ein Slime sein. Das kann ich gar nicht so bauen. Ich buddel mich jetzt da hinten an der Gittergang. Ey, wie viel Bock das einfach macht, hier einfach durchzurennen und die ganze Zeit Ressourcen zu farmen, weil man so eine geile Spitzsucker hat. Boah, viel zu gefährlich. Soll ich das einfach geradeaus machen, oder? Boah, ich weiß es nicht. Wo ist der Schleim denn jetzt? Also eigentlich, ne, ich muss nur eine Stütze bauen. Eine G-Stütze. Das erinnert mich als Villanara, wo ich mit dem Banner gezockt hab. Das ist über mir. G-Stütze, das war echt das geilste. G-Stütze? Ja, die G-Stütze. G-Stütze, Alter. Ihr habt aber auch so ein bisschen gelitten gehabt, ne? Ey, ohne Scheiß, wie wir übertrieben haben mit Minecraft, ne? Das war echt nicht mehr normal. Was wir gefarmt haben, um die Burg da zu bauen, das war richtig unnormal. Stimmt, ihr? Boah, das habt ihr ja alles wirklich gefarmt. Da war ja nichts, ne? Ja. Alter. Wir haben alles selber gefarmt. Wieso Fall ist gestört? Ja, wieso ist gut? Ihr seid das ja. Jetzt hier ein Achmed kommt, ne? Und dahinten steht schon einer, ey. Ich sag es noch. Verpiss dich. Geh weg. Nein. Verfolg mich. Achmed! Achmed! Egal, ich geh jetzt erstmal den Stein holen. Da ist das doch. Und? Los geht's. Da sind meine Sachen zu. Ja, ich bin genau in der Ecke gestorben, deswegen habe ich das überlebt. Wo geh ich jetzt an die Kiste? Eins, zwei, drei. Bam! Ich hör schon wieder. Das behinderte Viech, ne? Hahaha. 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 Jetzt, jetzt nimmt er konstant mit 60 auf. Ne, ich nicht. Ja gut, wenn ich kletter. Wow. Da ist der Slime. Da hat der Achmed mich ernster verfolgt. Der will hier einfach bei mir einbrechen. Dreckigen. Wie ein eigenes Haus. Wo bist du, hä? Du Fickfehler. Hahaha. Ja komm! Wo bist du? Du Fickfehler. Ja, der ist auch ein Fickfehler, ey. Der hätte man weglassen sollen. Ein Enderman? Ne. Spinnen. Du Bisse, du Fickfehler. Ja, ja. Dann wird schon. Ja, Level 6. Ich war grad bei Level 10. Ja, bei Level 10 werde ich jetzt immer sterben. Hahaha. Ich erinnere dich dran, wenn du gleich wieder da maulierst. Wow. Der Freestyler. Der Freestyler. Ja, ich baue hier grad einfach, ne, ich plane nix. Ich baue einfach grad irgendwas. Ja, mach ich immer so. Ja, normalerweise nicht, weißt ja. Also fang ich ja. Ja stimmt, du malst ja immer alles vorher. Der Septe ist immer so der künstlerische Maler. Das ist immer so der Vincent van Gogh. Der Vincent Raven, ja lass mich schon. Vincent Raven. Hahaha. Jetzt bin ich Level 20, gut. So, jetzt ist die Frage, weil ich jetzt ja grad so schön da weg gegangen bin, wo war jetzt der Enderman? War der nicht hier hinten? Sepp, ich mach jetzt. Ach du Scheiße. Wenn ich jetzt Shift loslasse, bin ich tot. Lass mal Shift los. Ah, ich bin nicht tot. Schade. Das findest du also schade? Ja. Du Banausenmensch. Ich bin ein Banausenmann. Irgendwie wird das ganz schön hässlich, was ich hier mache, aber das ist mir grad irgendwie egal. Manchmal muss man nur hässliche Sachen bauen. Manchmal muss man nur hässliche Sachen bauen. Irgendwann sich die Architekten manchmal auch, glaub ich. Ja. Eben. Eine Kiste. Bah, Melonen zieht's. Ja, das hasse ich. Aber trotzdem mitnehmen, weißt du? Ja, normal. Da hab ich jetzt ja auch keinen Bock mehr. Ich muss jetzt hier wieder runter. Das war hier. Ich glaub. Jetzt weiß ich wieder gar nicht mehr, wo ich bin. Aber hier war ich. Ich hab mir immer schon, seitdem ich Micro-Spiel spiele, immer systemlos, was Capes und so angehen. Immer. Ich lauf einfach und find nix. Ich lauf auch einfach. Ja, ich, ich find schon was, aber das Ding ist, dass ich mir, ich mach mir halt keine, äh, Brücken so, wo ich halt denkste, gut, da war ich, da war ich noch nicht. Ich lauf. Ja, meins. Ich mein halt. Einfach laufen und Fackeln setzen. Oh, ich brauch nom nom. Ich lass mal wieder was ernten hier. Oh. Das war knapp. Ja. Ja. Opfer. Ja. 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 Ja, ich auch. Ja. 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 Und hier ist so ein großer Raum. Ja. 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 Das ist nicht das Glücksrad. Ja. 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 Ja, wo bist du? Ja, wo bist du? Ja. Ja, da wieder. Ey, wie viel hab ich denn schon wieder? Ey, wie viel hab ich denn schon wieder? So, ich musste da ja pausieren, weil der Acht mit mich verfolgt hat. Stimmt. Das ist schon wieder. Oh, wir sollten, wir sollten mal Cut machen, oder nicht? Warum? Weil wir eine Stunde haben? Oder machen wir nicht mehr, oder was? Ja, doch. Immer. Gut. Dann machen wir immer kurz einen Cut. Warte, 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 warte. Gut. Gut, alles klar. Tschüss. Ja.